Längere Güter, die seitlich mit dem Stapler geladen werden müssen, können wir sogar das Eck wegklappen. Das heißt, wir sind längenmäßig, nicht limitiert für seitliche Ladungen. Und selbst beim Einparken keine Probleme, durch die Scheibe, durch die man nach hinten hin, alles perfekt sehen kann. Die Pritsche haben wir jetzt eben schon gesehen. Hier haben wir noch ein Fahrgestell, wo wir euch alles draufbauen können, was euer Dienstleisterherz begehrt. Zum Beispiel auch einen Koffer. Auch im Innenraum kann der Maxus punkten. Wir haben Apple CarPlay und Android Auto serienmäßig, Klimaautomatik, das wunderschöne Leder-Multifunktionslenkrad sowie Sitzheizung. Alles Standard. Ich berate euch hier beim Auto aus B13 gern zu eurem neuen Maxus. Und alles, was ihr hier seht, könnt ihr jederzeit Probe fahren. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Video. Untertitelung.